Die Einhaltung der Impedanzvorgaben ist wichtig zur Erhaltung der Signalintegrität einer Leiterplatte. Regelgesteuerte Prüfungen auf DRC-Basis messen aber nicht die tatsächliche Impedanz, sondern unterstützen nur die Einhaltung fester Impedanzregeln. Mit dem in den PCB-Editor integrierten Impedanzanalyse-Workflow können PCB-Designer Impedanzverläufe in einem Layout ohne Aufwand begutachten und Probleme lösen. Die kritischen Netze in dem Design werden einfach gefiltert und selektiert, um an ihnen die Impedanz zu analysieren. Eine farbcodierte Skala von Rot bis Blau zeigt die Impedanzverläufe der Leiterbahnen im Design an. Es ist auch eine Tabellenansicht der Impedanzen verfügbar. Durch Klicken auf einen Datenpunkt in der Tabelle navigiert man schnell zum Problembereich und springt direkt zur kritischen Leitung. In diesem Fall verursacht eine Splitplane eine Impedanzdiskontinuität. Um das Problem zu beheben, werden die Flächen einfach angepasst. Anschließend wird erneut eine Analyse ausgeführt, um die Ergebnisse anzuzeigen. Analysieren, simulieren und Probleme mit der Signalintegrität auf einfache Weise selbst lösen. So funktionieren Designs gleich beim ersten Mal. Bewegung. Vielen Dank.